so hallo und herzlich willkommen zurück zu minecraft es ist schon für mich eine weile her dass ich wieder aufgenommen habe da ich ja nicht so aktiv auf pc bin kurze info und zwar für die die vielleicht erst dazu schalten oder gefragt haben warum nichts kann musik ist ganz schön laut ich hatte es nämlich vor dass ich minecraft zwei bis drei mal die woche lade und ich täglich weil es doch ein bisschen vieles welche auch ein bisschen freizeit haben möchte und auch allgemein nicht immer minecraft zocke also ich versuche das so zu halten es kann manchmal abweichen aber ich schätze das wird dann montag mittwoch und freitag passieren dass ich die videos hochladen wochenende wird denke ich mal nichts passieren und dienstag und donnerstag kommt dann entweder cod oder gta wieder das hatte ich wieder vor weil ich das in letzter zeit wieder zocke so okay zurück zu minecraft wo sie mit entstehen blieben wir haben zwölfte jahr sicher dass ich jetzt kinder wird skin ausgenommen es los mit mir okay schon ein bisschen was gesammelt koordinaten ist vermerken verworren das es sei der screenshot f3 ich muss mir merken xyz okay 18 minus 196 alles minus überall minus okay menschwert ist aber auch fast im arsch mein gott brot hätten wir dann eh genug wir haben nicht mehr so viel holz eigentlich können wir uns wieder nach oben machen können wir mal anfangen und zwar erstes holz zu bauen ich möchte natürlich gerne form aber das bringt dann auch nicht so viel wenn ich das nirgends belagern kann okay jetzt aber nach unten ist nochmal gold ich habe ich dann nicht weitergeguckt habe ich kurz eine facke gesetzt dann bin ich wieder zurück damit einfach keine mobs hier spawnen ich habe auch ein skelett gehört ich habe auch ein skelett gehört ich hasse diese stalagniten und titen also titen nicht so die hängen eh da von oben runter die stehen nicht so im weg aber die hier unten mein gott kannst ja übertreiben ist ein bisschen lapis lazuli was vielleicht noch die idee wäre dass ich mir obsidian mitnehmen für ein ender portal und für einen zauberungstisch eigentlich ganz praktisch ja redstone an sich ich bin nicht so der allwissende was redstone angeht also hallo da weiß ich leider nicht so viel so ja wer so sagt hat keine ahnung was er machen soll Lava haben wir ja auch ich könnte doch eigentlich noch einen Lava einmal machen dann könnte ich Lava mitnehmen so nicht ich habe meine workbench nicht da adapts so ein creeper da sind nochmal Dias komm her Junge kommst du her hallo so die diamanten nehme ich natürlich gerne mit ist zwar nicht mehr oh das ist auch ganz schön viel äh ist zwar leider nicht mehr so das beste gibt es ja ich weiß auch noch nicht wie es heißt nether halt das zeug nether nether halt was echt geil ist oh das hab richtig schlopfen das habe ich natürlich nicht und das soll auch sehr selten sein so mein schwert ist fast im arsch da ist nochmal Dias die nehmen wir mal mit ist eigentlich auf einen guten lauf was diamanten angeht muss man mal so sagen ich jetzt da vorbei ach da ist das scheiße hoch so genau über mir nur zwei ja gut dann ist das so können wir nicht ändern und zu denn jetzt zu denn jetzt ist auch schon wieder level 23 fast 24 mein gott 7 geht ganz gut aber ich nehme auch einfach wegen den ganzen diamanten die wir gefunden haben und das erz was wir jetzt schon eingeschmolzen haben so ja ich hatte auch gehört die hatten die farms und sowas alles gearbeitet dass das alles nicht mehr so krass sein soll mal gucken wie das dann abläuft ach spinni oh so was los du warst wohl schwer beschäftigt hier mit der wand die korridore sind ganz cool gemacht da ist nochmal ein diamant gut der bräuchte ich jetzt nicht wirklich runter da ist auch nochmal die hier hinten gut dann nehmen wir die mit da kommen wir nicht ran ich finde es echt geil dass sie leuchten mit dem shader ich habe auch in den kommentaren gesehen ähm ich kann jetzt endlich mal auf kommentare eingehen äh dass auch leute vorgeschlagen haben andere shader zu nehmen werde ich auf jeden fall machen ich werde bis jetzt aber erstmal noch bei dem bleiben aber ich werde dann ich denke mal von zeit zu zeit mal ein bisschen durch wechseln vielleicht auch ein paar mods wie gesagt reinbringen das habe ich glaube ich schon erwähnt aber das wird bis jetzt erstmal noch ohne mods laufen so hier noch der diamant so hier noch der diamant betreibt nicht Das ist sehr hilfreich, so ein Schild. Und hier ist Ende Gelände, oder? Scheint so. Mach das Eisen mit. Natürlich nicht immer alles mit, aber so das meiste. Redsons Bösche, wie gesagt, brauche ich hier gar nicht. Auch für den Anfang allgemein nicht. Das kann ich ja irgendwann später machen, wenn ich es wirklich effektiv brauche. Hier auch so ein Eisen und da ein Eisen, das brauchst du jetzt nicht wirklich mitnehmen. Viel Sinn. Oh ne. Oder? Natürlich ein bisschen belasten, so wenn du einfach nichts hast. Den Affenleit nehme ich auch noch mit. Gut. Ähm. Mach dich mal ab. Mach dich vom Acker, Junge. Was geht denn? Ne. Oh, den Rebound brauche ich auch nicht. Tag. Ich muss mal kurz. Gehe vielleicht noch das Gold hier mit. Geht mir hier auch. Geht mir hier auch gebildet haben. Geht mir hier auch noch mal rein. Wie Äpfel zumindest. Sehr. Hilfreich. Kein Werkzeug. Das brauchst du nicht. Seht nämlich gar nichts aus. Oh mein Gott. Too viel. So. Dann zurück zu unserer Mini-Basis. Nehmen wir erstmal mit, was wir brauchen. Oder was so das Wichtigste ist. Erstmal ein Schild, äh, ein Schild, ein Schild eigentlich auch. Hab ich, oder hab ich, hab ich, doch, Holz hab ich ja. Was haben wir hier? Einen kleinen Korridor. Der ins nichts führt. Ne, da geht's auch weiter. Da will ich. Eigentlich nicht. Ich guck kurz. Ne. Da muss ich jetzt nicht hin. Der wäre hier unter der Erde richtig gefühlt am Arsch der Welt sind. Brauche ich da jetzt nicht weiter. Ja, das ist okay, Kollege. Soll ich noch ein Skelett? Das kann mich auch mal kurz kreuzweisen. Mein Gott, ey, der, der am Hungern ist, ist ja unglaublich. Aua. Ne. Ne. Okay. Ähm. Könnte man das so machen? Ah, cool. Ich brauche erst mal Sticks. Ich brauche mindestens ein Schwert. Ich nehme erstmal noch wieder ein Eisenschwert. Das sollte erstmal noch reichen. Dann gucken wir mal, äh. Irgendwas müssen wir ja hier lassen. Die Öfen würde ich gerne mitnehmen. Das sowieso. Das brauche ich jetzt kein Mensch, weißt du. Genauso wie diese Dinger. Brauche ich jetzt nicht. Ich will aber noch Lava mitnehmen. Das ist gerade noch so ein Ding, das ich gerne machen möchte. Da werfen wir weg. Das. So. Fehlt noch Lava. Erstmal muss das hier mal ein bisschen geändert werden. Ach. Das hier. Dann können wir sehen, wie viele Dinger wir gerade haben. Vielen Dank.